Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einem etwas anderem Video. Ihr seht's bereits, ich bin heute ein bisschen in der Mission reagieren unterwegs. Der liebe Motzi hier, der liebe Motzi hat sich zusammengesetzt und aus einem meiner Livestreams ein Best-of zusammengeschlimmelt und das schauen wir uns heute gemeinsam an. Richtig geil, Ares am Sonntag, Best-of vom lieben Motzi. Aber bevor es losgeht, werden wir natürlich erstmal schauen. War der gute Mann fleißig? Inhaltsangabe, wow! Alter Schwede, er war fleißig. Alter, das nenne ich mal in der Videobeschreibung. Okay, alles klar. Links, NT Entertainment. Das bin ich, hi! Anime-Fan ist auch verlinkt, Business Anonym und Andres ist auch verlinkt. Ey, geil! Quellen, er hat eine Quellenangabe gemacht. Livestream, NT. Let's Play Wilson 3. Oh mein Gott, ich ahne Schlimmes. Äh, GTA Folge 22. Oh mein Gott, das wird immer übler. Clips erschrecken, Business Anonym, sehr geil. Immer, was? Business Anonym, Wage-Emote. Ey, cool! Hat er noch seine Freunde verlinkt. Oh, sogar Diamond Space ist verlinkt. Richtig geil, seine Social-Media-Sachen. Richtig gut. Was? Viel zu wenig Comments, ganz ehrlich. Zum Best-of-Zusammenschneiden, das ist Arbeit. Ich spreche aus Erfahrung. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen direkt die Los-Reunde. Gönnen wir uns das Teil. Zombie-Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einem weiteren geschilderten Livestream. Falls ihr die liebe Mrs. Anonym nicht kennt, die gute Frau ist sogar in der Stream-Beschreibung verlinkt. Und zwar auf beiden Kanälen. Einmal Twitch. Da hat sie heute auch gestreamt. Hat mir heute Morgen echt einen Arsch abgelacht. Und, äh, einmal ihren YouTube-Channel. Stimmt. Ich glaube, an dem Tag hatte sie Larry Leffert gespielt. Das war der Hammer. Alter, das Ding, das Spiel ist sowas von unglaublich dumm, Freunde. Kracher. Ja, könnt ihr euch, Leute. Dankeschön, Thor. Leider schreibt nie einer, weil ein Hey, das ist für Andres. Sehr gut. Ja, das war der Hammer. Genau, da kam Donnies rein. Und dann hat Andres einfach mal Just for Fun aus Spaß diesen Spruch gerissen, Alter. Stimmt übrigens, lieber Anime-Fan, auf ein paar hundert Bücher komme ich schon. Ja, das stimmt. Eine fucking Bibliothek hat der gute Mann da zu Hause. Hier schalten sie ihren Computer an. Habe ich aus einem Buch. Also, leider erst nach dem Rennen. Tut mir leid, Highcaster, musst du leider noch ein Rennen warten. Kling mal hin. Nikola schreibt, dass er all meine Videos mag. Oh mein Gott. Das glaub ich dir nicht. Das sind echt doofe Be- Das sind wirklich doofe Be- Hier einige tolle Beispiele. Oh nein. Da ist ein Kronz-Kronz. Hallo Kronz-Kronz. Oh ja. Herzlich willkommen zurück zu... Alles klar. Ey, ihr merkt, meine Stimme ist halt noch übertrieben angeschlagen, ne? Alter, ihr... Das ist geil. Das ist richtig gut. Motzee, Alter. Du Sack. Da hast du richtig peinliches Material rausgesucht, Mann. So. Das sind meine Anfänge noch. Ihr seht so richtig nice. Im 4 zu 3 Format. High-Quality-Content, Alter. Und da habe ich so eine Scheiße gelabert. Gut, tue ich heute auch. Ja, aber heute gibt es das wenigstens in HD, Mann. Hallo Kronz-Kronz. Und Jörg. Herzlich willkommen. So. Dann habe ich mit OBS versucht, vom 4 zu 3 Format auf 16 zu 9 zu kommen. Deswegen ist das Bild so ultra krass gestreckt, Mann. Alter. Folge 22. Die 22. Folge. Oh, ist das peinlich. Und die Qualität, ne? Als ob ich es mit dem Toaster aufgenommen hätte. Alter. Wow. Motzi. Darüber unterhalten wir uns noch. Du Lachs, Alter. Das geht ja gar nicht. Peinlich, peinlich. Willkommen zurück zu einer knusprig geilen Folge. Let's play. GTA 5. Online. Hey. Mitmachen ist immer willkommen. Hallo. Hören Sie auf, mich hier von hinten zu begatten. Bestimmt ein Vollidiot. Äh, Radio. Radio, Radio, Radio. Ich darf wie es. Oh, geil. Der Gesang bleibt euch heute erspart. Entschuldige. Wieso, Entschuldige? Hast doch völlig recht. Ab und zu. Ich habe so meine Momente. Und nun die Hannibal's Begrüßung. Oh, weia. Hallo Hannibal, mein Schatz. Wie geht's dir? Ist Mrs. Anonym jetzt eigentlich mal mittlerweile? Freust du dich schon auf den Dezember, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen werden? Oh, geil. Das Gesicht. Was? Ein kurzes Flashbring. Da schreibt nie einer rein, hey, das ist für anderes. Ja, warum kann ich nicht einfach... Was? Die ganzen Jobs, die ich auf der Webseite suchen kann, hier in Game suchen. Sitzung wird gestattet. Oh, bist du ein Trottel. Oh, geil. Du bist bestimmt ein Vollidiot. Kick den. Das ist neulich geholz. Willst du mich verarschen? Fürs Feiern der Spende auch noch für den Aris. Die anderen 50 Flocken waren für Andreessen. Squaw war an dem Tag so übertrieben. Ernsthaft. Der hat im letzten Stream auch noch mal Geld dagelassen. Kranker Sack. Kranker, kranker Sack. Wow. Was? Die 51 Flocken waren für dich und jetzt kamen nochmal 50 Flocken rein. Für mich. Was? Das ist was? Von Andres ist es auch geil. Nochmal 50 Flocken rein. Für mich. Was? First try, Alter. Geil. Wenn das jetzt... Sonst gibt es halt Konsequenzen. Ja. So ist das meistens im Leben. Lieber Scroll. So ist das meistens. Wow. Und da merkt man, ich habe in diesem Stream mit 720p gestreamt. Deswegen ist das so grisselig. Und gerade dann bei diesen... Bei Tubes oder bei diesen ganzen Spiralen gedönst. Da wird es halt nochmal grisseliger. Scheiß GTA. Ehrlich. Mhm. Okay. Full Speed. Oh. Bisschen korrigieren. Da hatte ich so kacki in der Hose. Eine mit 200 Spiralen. Ja. Gott sei Dank habe ich keine PS4, um die jemals zu fahren. Hä? Was? Also diese Shortcuts, die du drin hast. Die würde ich ein bisschen länger drin lassen. Ist leichter zum Lesen. Achtung, jetzt geht's rund. Speed. Zeitsprung. Oh. Oh mein Gott. Kann noch dauern. Ja. Fürs. Fucking. Try. Da war ich aber auch fertig mit den Nerven. Da war ich aber auch fertig mit den Nerven. Das war geil. Alter. Und jetzt unten die Plattform verfehlen und den ganzen Scheiß nochmal fahren müssen. LOL. Wie dreistig ich da bin. Alter. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. LOL. Wie dreistig ich da bin. Da ist einer. Der hat es auch für das 2 geschafft. Ist vor mir am Ziel. Verfehlen und den ganzen Scheiß nochmal fahren müssen. Und ich so richtig weil der Afghan zack an die Vorball putz. Oh es tut mir leid man. Oh komm schon. Ohohohoho. War das fies. Am Ende. Da ist nun der zweitdeutigste Ehre-Gast EU-West. Link zu Sassi in der Beschreibung. Keiner Scheiß. Kriegen wir hinten. Hallo. Hakuna Matata. Wie geht's dir? Ja. Ich bin deprimiert. Warum? Mein Rechner möchte nicht. Was? Der Rechner möchte nicht. Aber zuerst wird der Werteherr Anime-Fan zerlegt. Oh das geht immer. Das passt wirklich überall. Das ist Pflichtprogramm. Anime-Fan schreibt an Thor. Stimmt. Aber kaum bin ich nicht dabei, kriegen die gar nichts hin. Ja. Aber kaum bist du nicht dabei, haben wir Spaß. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Das ist mein Humor. Ich hab den Hissenpunkt, Alter. Ey. Mir ist warm, ne? Mir ist echt fucking warm. Ausziehen. Oh geil. Was? Ausziehen. Alles klar. Ausziehen. Oh geil. Und nun das Trio Zweideutigkeit. Oh weia. Ich hab die Hupe auf der Tasse Tor gesucht, darum bin ich weggerollt. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Wenn, wenn, wenn deine Hupe auf einer Tastatur liegen, äh... Ich könnt mir vorstellen, dann ist das Kacke mit dem Lenken, du. Auf welche Weise stöne ich denn gerade, bitte? Auf diese Wand. Das ist mir im Stream gar nicht so aufgefallen, Mann. Bitte. Auf, auf, auf. Oder einfach aus dem Clip, wo du dich so schön erschrocken hast. Oh geil. Jetzt kommt ein Clip. Viel gut. Alter, ist das großartig. Digga, ist das großartig. Wow, den hatte ich doch gar nicht auf dem Schirm, Alter. Ich hab ja auch einen Clip gemacht, aber der ist ja noch geiler. Oh mein Gott. Nochmal, was so schön war. Komm her. Das Gesicht, Alter. Ey, das ist echt kein Hate oder so, ne? Ohne Scheiß. Ich kann so mit ihr fühlen. Ich erschrecke mich sogar bei GTA, wenn unerwartet ne Donnie reinkommt oder sonst irgendwas. Ey, ich weiß, wie du dich fühlst, ey. Ganz ehrlich, Liebe geht raus, ey. Das ist der Hammer. Sehr gut, Mozi. Sehr gut. Alter, großartig. Ich mach dich. So, jetzt, fahr, 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 fahr. Ich geh doch gar nicht, das passt jetzt. Oh, fuck. Oh, da hättest du es fast gehabt. Ohne, viel Spaß noch bei Fortnite und ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass du mitgefahren bist und mit im Stream dabei warst. Sehr schön. Am liebsten würde ich jetzt mal einen Rage-Mode in den Chat holen. Sie hat immer einen Pferdeschwanz, immer. Also, Haare zu Hause unten, ne? Und immer, wenn ich damit, also, wenn ich sie so, äh, wenn sie so sitzt und ich halt so mit ihrem Schwanz spiele, so, ja, dann sagt sie einfach immer so, richtig, wirklich in dem Schubach, mein Schwanz. Oh, geil. Aber ich glaub, da fehlte noch irgendwas. Ah, warte mal, was hat der da jetzt? Wirklich in dem Schubach, mein Schwanz. Oh, geil. Und für die Leute, die sich beschwert hätten, es sei nicht erlaubt, ist es, ist es, Mozi hat, äh, nachgefragt und ich hab ihm die Erlaubnis gegeben. Ich vermute mal, er hat bei Mrs. Anonyme auch nachgefragt. Ähm, darf er. Darf er. Ich kann's sowieso nicht verhindern. Je größer der Kanal wird, desto mehr Leute wird es geben, die irgendwas aus irgendwelchen Sachen verwenden. Aber ja, ich hab's ganz gerne. Wenn man sowas vorhat, fragt einfach nach. Das ist schon eine Sache des guten Tons. Ich werd mir beim Schneiden so nen Arsch ablachen. Ja, das glaub ich. Ich freu mich aufs Resultat, ehrlich. Ich wollt grad sagen, Hauptsache du lässt uns am Resultat teilhaben. Ist so. Darfst du gerne bei dir hochladen, kein Problem. Erlaubnis erteilt. Und nun Vollp... Und ich weiß, welche Stelle das ist. Au, Arschloch, dass du die mit reingenommen hast. Ne, Erlaubnis, die habe ich wieder abgezogen. Nein, Spaß. Ne, da hinten stehen doch zwei. Ja, da ändere es wahrscheinlich. Ja. Arne mir filmen, oder? Dass er noch nicht rausgeflogen ist. Er bewegt sich ab und zu. Ach so. Viertelstunde regelt, genau. Und dann können wir da vor und zurück fahren. Irgendwas noch... Sau geiles Element, die Idee, ne? Da muss er auch erstmal drauf kommen. Weh legen. Hä? What? Fuck. Ohohohohohoho. Stopp. Ihr seht's. Der Checkpoint. Er ist da. Jetzt wissen das einige nicht. Entscheidend für das Bekommen eines Checkpoints ist es nicht, ob die ganze Karre im Checkpoint drin ist. Sondern dein Charakter. Dein Modell vom Charakter. So. Wenn wir jetzt hier das Auto in der Hälfte durchteilen, dann ist mein Charakter completely im Punkt drin. Habe ich von Fab Nasty damals gelernt. Grüße gehen raus. So. Auf jeden Fall. Ne? Zack. Ich müsste den Punkt haben. Warum geht's jetzt nicht weiter? Gib ihm. Alter. Da müssen wir drauf achten. Bei diesem Schnellvorlauf übrigens. Geil, dass er das gemacht hat. Dieses. Oh fuck. So. Kannst du ziehen jetzt mal? Oh fuck. Richtig schön rüber. Und da realisiere ich, was ist da ganz gewaltig schiefgelaufen, alter. Nein. Wie? Nein. War da kein Punkt, Digga? Doch, war er. Habe ich gerade eiskalten Punkt nicht mit ein... Oh. Oh fuck. Oha, die ist rot auf rot. Glitten.de. Lol. Es gibt eine Internetseite, die so heißt? Das wusste ich nicht mal. Also ne. Liebe Website-Betreiber von glitten.de. So oft, wie ich das sage. Möchte ich auf jeden Fall einen Jahresvorrat energy. Vielen Dank. E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Ist da Bescheid? Macht mich total fertig, dass man auf älteren Fotos immer jünger aussieht. Alles klar. Hast du keinen Spaß? Hast du gelitten.de. Läuf! Zuschauer kann ich nicht auf alles eingehen. Versuche hier gerade einen heftigen... Fuck. Scheiß zu fahren. Also ich glaube, hier fährst du gerade einen heftigen Fuck-Scheiß. Nein! Und nun sehen Sie, Aris, in alle guten Dinge sind drei. Wot's eh? Wow, 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 wow. Nein, nein! Jedes Mal springt der da drüber. Toll. Oh! Oh, hier wäre ein Punkt ganz geil, ehrlich jetzt. Oh mein Gott! Der nächste Punkt ist, glaube ich, noch ein Stück. Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ach, ich dachte, der Sprung ist krank, der gleich kommt. Ach, Gott. Ja, voll sowas. Erst mal schaffen. Ich glaube, der ist... Oh nein. Nein, diese Fuckin-Bänke, Mann! So. Da. Ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Ich glaube, im Stream habe ich dann nach der Tasten-Combo gesucht für Digger Deine Mama. Warte, ich gehe dafür einmal extra. Ich muss dafür mein Team-Speak offen haben, sonst geht das nicht. Das ist geil. Ich suche euch den Connected. Ich suche das mal eben raus. Digger Deine Mama ist, glaube ich, bei mir Tasten-Combo Nummer Block 5 und 7. Ja, nee, ist klar! Nee, ist falsch. Es wäre der hier. Digger Deine Mama! Der wäre es gewesen. Alles klar. War super aus, Anime. Aber es ist ja auch ein Typ-Schwung hier. Äh, was? Ach, dann warst du das gar nicht. Ach, da hinten. Ja, ich sehe euch da hinten rumwuseln. Von diesen halboffenen Dingern hin- und herspringen, Aris. Mhm. Nennt mich Gott, Freunde. Nennt mich Gott. Jetzt bin ich extra da rausgegangen, ne? Fuck. Egal. Okay, Gott, Freunde. Gut ausgekontert. Der ist ja noch einer. Ach, so, komm. Nein, 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 bleib drauf, bleib drauf. Fick mich, Aris. Nein. Mach mal weiter jetzt. Auf gar keinen Fall. Der steht in keinster... Das bin aber ich, ne? Man weiß... Man weiß einfach... Das bin original ich. Ja, ich verkack es einmal und genau gleich verkacken. Da drin bin ich super. Das kriegt man hin. Hey, das ist so böse. Anstatt, dass ich da einmal für zwei Sekunden ein bisschen Ruhe habe. Meine Güte. Sich zwei Sekunden einmal kurz auf diese Kackbank konzentrieren. Gerade drauf fahren. Easy. Bremsen. Geh halt hoch da, du Aff. Was? Haben die mich? Hä? Hä? Der Herr ist im Wald und hat Kult. Konzentrier dich, Bengel. Das Endchen mit einer Axt. Naja. Ich hab Rumbot da. Marschall im Shed-Nurz. Ich hab's... Ah! Ich würde ja gerne nach Herzenslust hier rumschreien, ne? Aber... Hat dich da im Stream auch standen gebildet? Dafür haben wir Deko. So mein... Ja, finally! War das jetzt so... Ähm, ähm... Ne, war es nicht. Ich war einfach nur unkonzentriert. Kontrollerspieler und ziehen sie ab, das sie brauchen. Na? Hm. Die ganzen Kiddies mit ihren Kontrollern und ziehen die ganzen Tastatur-Player ab. Ähm. Und wenn dann so Preisgelder sind wie 40.000, dann schaust du natürlich. Warst du 10 Jahre lang Nummer 1? Oh, Alter. Ich stehe eigentlich Krise. Da guck ich gerade aufs Handy. Ich weiß auch ganz genau, was da los war. Ähm. Mrs. Anonym war ja im Stream dabei. Und da war sie dann nicht mehr dabei. Da ist ein bisschen was vorgefallen. Und da haben wir dann drüber geschrieben noch nebenbei. Weil ich halt auch wissen wollte, ey, was ist da los? Du bist so leise? Dies, das. Das zieht dich ab. Die zwei treffe ich so oft das Loch, aber peile hinten drin ab, dass ich nach vorne fliege. Ah ja. Ich schmerzhaft. Äh. Anime-Fanspruch bei seinem ersten Mal, ey. Entschuldigung. Hibbeck, Kendor hat Game gelassen. Bei mir funktioniert das aber nicht immer mit dem nach hinten ziehen. Echt nicht? Oh. Bei dem Blutmagier funktioniert das des Öfteren nicht. Ich kann es sehen, wie er runterfällt rechts und links. Hi, Anime. Hi, Enchi, möchtest du kuscheln? Nein. Ja, aber nicht mit dir. Schlimmt. Oh. Alter, diese Sprünge waren so zwicky. Oh, ist der Einbriss vorbei. Ah, nee, lass mal. Anvis ist jetzt unsere neue Witch-Pitch. Hast du das eigentlich mitgekriegt? Oh, was? Aber wie ist er da? Der hat heute 61 Euro durch Donations eingenommen. Oh, mein Gott. Hüu. Teilweise kommt er. Hm? Teilweise kommt er. 9,65 habe ich gezählt. Dann hast du dich verzählt. Uno Momento. Haben wir gleich. So, Leute. Nach dem kurzen Cut sind wir natürlich wieder da. Ich habe die Seite tippistream aufgerufen. Das ist sozusagen mein Finanzbereich. Ich habe den Stream rausgesucht. 158 Euro sind insgesamt eingegangen. 108 durch Donations. 13 durch Supershet. So, Donations kommen bei mir eher an als der Supershet. Weil Supershet-Sachen läuft über Google AdSense und wird zu meinen Werbeeinnahmen dazu addiert. So. Das war der Chat auf jeden Fall hier. In dem Bereich. Wir haben am 17. den Stream gehabt. Und da ging es richtig ab. So. Und jetzt gehen wir nach. Ich bin auf 61 Euro gekommen. Mit meinem wunderbaren Zettel. Mal gucken. So. Vor 8 Tagen war das. Gehen wir es mal durch. So. Angefangen hat es mit Orgo. Man kennt ihn. 10 Flocken. Hallo. Und ein freundliches Nack-Nack. Da steht nichts von anderes. Hi, Aris. Hoffen wir, du hattest ein gutes Wochenende. Und in der nächsten Woche wünsche ich dir. So. Dann geht es los. 2. 4. Aris oder Endris. Sind wir mal bei 2. 4. Tag der Spenden. 6 Euro. 8 Euro. 8 Euro. Wo ist mein Rechner? Den geben wir schon mal ein. 8. Plus. Weil da kommt ja noch einiges dazu. 8. Ich weiß gar nicht, ob ich die auch mit dazu gezählt habe. Also behalten wir uns mal noch 2 Euro im Hinterkopf. Noch mehr für Andris hatten wir. Dann kam Jesse. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Schild auch nichts. Einmal für deine Bananenstaude. Andris. So. Da gehen schon mal 50 an. Plus 50. Sind wir bei 58. Feier deine Spende und nochmal. Die anderen waren für Andris. Ja, ja. Das habe ich auch so aufgefasst. Für die drängende Ente. Das bin ich. No Message. 1 Euro. Ich glaube, da hat er im Chat aber geschrieben, dass die für Andris sind. Habe ich noch den Zettel? Sie. Okay. Habe ich. Sind wir. Da hatte ich notiert. Plus 1. 59. 50. Äh. Tor. 5 Euro nochmal. Blablabla. Steht auch nichts anderes. Horgo ist wieder am Start. 5 Flocken. Freundliches Nacknack. 10 Euro. 1 Euro. 11. No Message. 25. 25. Ach, das sind schon die Donnies. So, das heißt. Ich habe die 2 Euro Ares oder Andris. Habe ich mit dazu gezählt. Kommen wir auf. Wups. Plus 2. Bingo. 61 Flocken. Da hast du es. Da ist der Nachweis. Hehe. Wobei 65 werden auch nicht das Problem. Aber es sind nicht 65. Es sind 61. So. Putz in dein Gesicht. Hehe. So, weiter geht's. Furz trocken. Naja, man hat sich ja sonst nichts, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin im Hintergrund die Flaschen. Sprich mein Kind. Nein. Können wir bitte eine andere Map spielen? Da war ich. Trigger Level over 9000. Ich wollte nur nicht so übertrieben die Bude zusammenschreien. Es war spät, Freunde. Es war schon verhältnismäßig spät. Und bevor die Nachbarn hier komplett eskalieren. Herzhaft jetzt. Wow. Was? Was war das? Ist besser so bei dieser Leistung. Fick dich. Du Arschloch. Oh, Schande. Da wird mein Arsch rasieren. Geil. Meine Kreation. Denkernus in der Falle eingebaut. Hab ich. Hab ich. Ihr erinnert euch. Das Ding haben wir zusammen als Community gebaut. Richtig geil. Das rote, was ihr da oben seht. Das ist der Schweizer Totsprung. Den ich für Mrs. Anonym gebaut habe. Unten ist noch dieser bayerische Wallride. Ich glaube für Copy war das. Die deutsche Rückmärtsspirale. Und, und, und. Also ich hab da ganz viele Ideen von euch verbaut. Richtig krass. Wow. Wow. Viel zu hoch. Egal. Von der Seite holen wir uns den jetzt. Nois. Da hatte ich keinen Bock mehr, den nochmal zu machen. Alter, wie gut ich mich einfach kenne, ey. Da hatte ich sowas von keinen Bock mehr. Unterhose auf den Kopf. Und zwar jetzt. Okay. Man ist ja vorbereitet. Man ist ja vorbereitet. So. Alles klar. Noch vor dem Stream. Ja, nicht, dass ihr euch gewundert. Danke dir, Matula. Danke dir. Ich mag dich auch. Mach dich ins Bett. Jo. Mach da gleich. Ist gleich Feierabend, Freunde. Ja. Ich war nur die letzten zwei da rein dabei, um auch so ein bisschen zu halten. Keiner göttlichen Anwesenheit. Geht sich immer da. Göttlich. Das war ja mal lustig. Der Typ ist einfach von sich selbst so krass überzeugt. Aber das ist seine Art. Das ist seine Art. Ich mag ihn. Bis zum nächsten Mal. Oh, schon fertig? Ciao. Ja, geil. Ciao. Schön, dass er das mit eingebaut hat. Sehr geil. Oh. Mit Credits. Geil. Versuelle Inhalte. Livestream von Enter Entertainment. Let's Play Wizard in Folge 3 von Enter Entertainment. Das bin ich. Let's Play Gitter 5. Folge 22 von Enter Entertainment. Erschreck-Clip von Mrs. Anonym. Weshimo von Mrs. Anonym. Geil. Stimme von Enter Entertainment. Endless. 12 Anime Fan 21. Mrs. Anonym und mehreren Zuschauern. So sieht's aus. Besondere Danksagung. Enter Entertainment. Nutzung seiner Videos. Gern geschehen. Mrs. Anonym 98. Nutzung des Clips und des Emotes. Ich denke mal, ich kann auch in ihrem Sinne sprechen. Gern geschehen. Produzier von Mozi. Kanal ist übrigens verlinkt. Schaut unbedingt vorbei und zieht euch das Video auch nochmal bei ihm rein. Geiler Schnitt. Aufgenommen von Enter Entertainment. Mrs. Anonym. Geiler Scheiß, Alter. Mozi. Das ist ja geil gewesen. Also. Ich kann mich nicht ernst nehmen, ja. So. Auf jeden Fall, Mozi. Geiles Video. Die Einspieler. Die hätte ich tatsächlich ein bisschen länger gemacht. Wobei ich auch den Gedankengang verstehen kann. Ja, man könnte ja dann pausieren, wenn man es lesen möchte. Bla, bla, bla. Aber irgendwo fehlt dann der Gag, wenn das zu schnell ist. Und dann musst du halt wieder einen Ticken zurückspulen. Und, und, und. Und jetzt stell dir vor, das guckt einer über Handy. Dann ist es halt auch ein bisschen kacki, ne. Aber ansonsten, danke dir für deine krasse Mühe. Das war ein saugeiles Ding. Geile Lacher drin. Hat mich sehr gut unterhalten. Äh, hab ich dem eigentlich schon ein Like gegeben. Jetzt auf jeden Fall. Und ein Abo drücke ich dir auch noch. So. Weißt Bescheid. 41 Aufrufe. Ich denke, das Ding können wir noch ein bisschen hochpushen. Gut. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt den Kanal von Mozi aus. In der Videobeschreibung ist der gute Mann natürlich verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage schön bitte. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017